Hallo zu Hanna kocht einfach. Wir machen heute Himbeer-Chia-Pudding. Dazu brauchen wir Joghurt oder Sojajoghurt, Mandelmilch, Datteln, Himbeeren, Kiwi, Honig, Mandelmus, Chiasamen, Vanillemark, Mandeln und gepufften Amaranth. Ich wollte gerne mal so ein Instagram-Foodporn-Rezept machen und das soll so werden. Wir haben also ein Glas, in das wir unsere einzelnen Schichten reinschichten. Los geht's mit der Chiasamenschicht. Dafür macht ihr einen Chia-Pudding. Also nehmt euch einfach ein Glas, da kommen die Chiasamen rein, Mandelmilch dazu und dann lasst ihr das für ca. 15-30 Minuten quellen, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Wir machen aus dem Amaranth so einen Crunchy-Puffer-Amarant und dazu hacken wir erstmal die Mandeln. In eine Schüssel vermische ich den Amaranth jetzt mit den Nüssen und damit das auch zusammenhält, kommt der Honig noch dazu. Stell euch das vor wie ein selbstgemachtes Crunchy-Müsli. Das kommt jetzt also auf das Backblech, das ich natürlich mit Backpapier ausgelegt habe, in den Backofen bei 160 Grad für ca. 15 Minuten. Während die Crunchies im Ofen vor sich hin knuspern, machen wir uns an die Himbeeren. Die kommen mit dem Joghurt und der Vanille ein bisschen Vanillemark, das sehe ich gleich raus, holt aus der Vanilleschote in den Mixer rein. Falls die Datteln noch nicht entkernt sind, dann würde ich den Kern entfernen, der schmeckt nicht so wirklich gut. Ihr könnt natürlich auch Honig nehmen, die sind eigentlich zum Süßen da, aber sorgen auch für eine sämigere Konsistenz. Funny Fact, ich war letztes Jahr im Orient und da habe ich erfahren, dass die Beduinen sich oft nur von Datteln ernähren, weil die angeblich alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Also man könnte von ihnen leben. Die Schichten sind fertig, jetzt wird ins Glas geschichtet. Wir fangen an mit der Chia-Schicht. Darüber kommt die Himbeer-Joghurt-Creme und oben auf das crunchige Amaranth. Dann dekoriert ihr natürlich noch mit allem, was ihr habt, worauf ihr Lust habt. Ich nehme jetzt Kiwis, die ich mir klein gewürfelt habe, Himbeeren. Für die Optik finde ich es manchmal schöner, mit tiefgekühlten Beeren zu dekorieren. Deshalb habe ich die jetzt einfach direkt zum Tiefkühler genommen. Und oben drüber garniert ihr noch mit dem Mandelmus. Wir probieren einmal von oben nach unten. Okay, ich habe mir das Glas schon ganz schön voll gemacht. Ich habe auch einen großen Mund. Oh, es ist ungut. Es schaut nicht nur geil aus, es schmeckt göttlich. Unten dieser Chia-Pudding hat so ein bisschen was wie Bubble-Tea oder so Pudding-artig auf jeden Fall. Und dann diese Himbeer-Creme und oben die Knusperdinger. Die sind echt so das I-Tüpfelchen. Dazu das fruchtige. Boah, geil. Richtig geil. Wenn ihr wissen wollt, was Chia-Samen alles so drauf haben, klickt hier in die Infokarte. Macht es nach und schickt mir eure Bilder auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bussi, Baba. Wow. Mhm.